Hi und Willkommen zu einer neuen, äh, äh, ein Keybinds Video, also Keybinds nicht, aber Settings Video, hier ein paar, also jetzt kommt gleich Clips, ich spiele gerade persönlich, hä, weil ich zu faul bin und alles zu schneiden und so, ne nicht faul, aber auf Handy funktioniert das schlecht, ne, sagen wir es mal so, Brr, he's a crackmate Wenn ich ein bisschen verkacke, äh, ja, sie sitzt gerade auf meinem Gaming-Stuhl und ich muss auf dem Bett, auf dem Bett sitzen Er spielt mit dem Bogen, ne, so ehrenlos Ich hab ihn trotzdem gekriegt Also, ich spaw mich mal kurz, damit ihr den Krieg kriegt auf ihren Bruder Basis, bitte Scheiße Also, ich zeig jetzt eure meine Settings Ja Ich spiel die neuen, aber wir kommen dazu später Ähm, ja Ich spiel auf Controller, auf Xbox Controller, ganz normal Also, hau, 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 die Größe, 70 Ähm Dann, mäßig Sprinten muss an sein Sprinten muss, bricht nachladen ab, auf jeden Fall aus Suchen zum Interagieren an Ähm, ja Dies, das, anders Ja Ja Hier das Loslassen zum Beschädigen Finde ich, äh, so, damit Wenn ihr Angst habt, könnt ihr auf jeden Fall viel schneller editieren, kann ich euch sagen Hier, äh, also wenn ich, hier, meine Settings Links, 8, 3, 2,0, 1,8, 4, 7, äh, 7, äh, also 8 schnell, also 8, 3, 2,0, 1,8, 7, also ich hab das hier an 47%, 43%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0,0, 0 Sekunden Äh, sofortiger Schub beim Bauen aus Ähm Hier, fortgeschrittene Zielempfindlichkeit Da habe ich 16%, 30%, 0%, 0%, 0%, 0,0 Sekunden bei diesem Ziel verzögern, keine Ahnung Will schon bei Unsinn, 0 Sekunden Hier, das habe ich exponentiell, auf jeden Fall exponentiell Hier haben, dann kannst du besser, natürlich auf 100% Die Förstungshilfe Und ja Helligkeit 100%, Lautstärke Hier, 3D Kopfhörer müsst ihr anhaben, äh, sollte ihr eigentlich anhaben, dann könnt ihr besser wissen, wo das ist Hier 7, äh, 7, also müsst ihr eigentlich clearisch auf 8 machen, dann kommt dann 7, ne Hier, äh, bearbeiten Bin ich da, ich weiß, einer will mich grad gehen Deadzone ist 0,8, 0,8 Ja, das war's Ich bin so oder so, wie ich es vorhin grad geworden Es kommen noch 1K Okay Das ist die kurze Videos, 3 Minuten Ja, okay, sollte für ein Settings Video reichen, weil ich will das jetzt nicht so lang machen Und ich habe eher 3 auf springen geändert By the way Ja, habe ich nichts geändert Ich weiß, ich sieht alles, Spiegelverkehr Ich weiß nicht, wie ich das ändere Irgendwas ist da schief gelaufen Ja Oh, fuck, hat er mich unterschrocken Alter, der übertreibt ja recht seine Lage mit diesen Schwitzen Ah, ja Ich habe da ein bisschen reingedirbt Und, ja Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal